so mit hallo und herzlich willkommen bei let's play freck frisst links bums mit testen das ist einfach mal machen wir das stadium und starten jetzt mal perfektionistischen die aufnahme gucken was dann passiert also next car breakfast das ist jetzt so ein test was ich hier mache jetzt mit dem aufnehmen um zu gucken ob die aufnahme jetzt nicht so klappt für die aufnahme klappen soll weil wenn sie nicht klappt wäre es natürlich kacke aber meine damen und herren wir werden es jetzt herausfinden woher spielst du bei mir nur laut braun braun wenn man sich fehl und schon wieder fehl ich bin der bündel ich muss wählen da aufnahme rohe braun ich weiß es ist aber die falsche strategie bis dann gerückt werden aber das ist ja nicht für unsere testzwecke jetzt braun ja sehr gutes video in zwei minuten und 10 sekunden für den leckenden zuschauen bis zum nächsten mal euer baby ja